Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu das Play Dyson Sphere Program, oh wir haben schon einiges hier drin, indem wir uns gerade aufmachen Richtung Antimaterie für Rods. Das wird lustig, das wird fein, aber ein bisschen mehr Geschick muss es dann doch noch sein. Wir sagen mal, ich hätte gerne dich da hier drin, erst mal so grundlegend, einfach nur aus Prinzip. Dann schmeißen wir dich nach ganz hinten hin. Pumpe dich einmal so rum und einmal so rum. Dann geben wir dir noch. Was brauchst du denn? Tu schon mit dem gerade arbeiten? Yep. Nein. Und bitte einmal quasi raus und raus. Ihr setzt einen Filter auf. Ja, Moment. Geht schnell, geht einfacher, wenn ich es direkt mache. Die Materie. Und was solle. Das ist das gleiche Prinzip, bitte übernehmen hier überall. Jetzt da. Sieht es, Bastard Luft. Können wir das irgendwo hier reinstecken? Wenn nicht, dann machen wir es einfach mal. Ah, ich sehe mein kleines Problemchen. Dort, dort und dort. Du kommst weg. Alles bestromt. Yep, das ist in Ordnung soweit. Dann können wir schon mal anfangen. Raust du mit? Machen wir bitte aufgelagene Partikelchen von allem. Sördle. Das brauchst du auf jeden Fall. Beides. Yep. Die gleiche Anzahl. 12, 12. Yep. Und was produziert ihr mir hier draußen? Immer die gleiche Anzahl. Ist in Ordnung. Damit kann ich doch arbeiten. Damit kann ich doch arbeiten. Dort runter. Und reicht es aus? Ne, das reicht nicht ganz aus. Da doch auch nicht. Aber das müsste es reichen. Yep. Bis hier drüben hin. Na komm, put, 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 put. Dankeschön. Und einmal hier rumgestellt. Bis wir einmal da rum sind. Ich habe wieder keine Items mehr. Okay. Habe verstanden. Ähm. Wollen wir gerade nichts reinpumpen. Dann auf zurück. Leider. 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 Nehmen wir wieder auf zurück. Wo ist denn gerade unser Planet? Der ist da hinten. Passt. 3, 2, 1. Warpen. Nicht geht, dass ich jetzt noch so viele Teile benötige für den ganzen Spaß. Aber dem ist halt so. Okay. Wo ist die Nord- und wo ist die Südkuppel? Die ist hier und die ist dort. Das heißt, ich kann... Hilfe. Erstmal umorientieren. Erstmal umorientieren bei dem Ganzen. Und wenn ich schon mal gerade sehe. Ähm. Ich hätte gerne danach den Jammer und den da hinten dran. Ansonsten haben wir hier nichts. Und hier hatten wir es aber noch irgendwo. Genau hier. Ich habe dich im Köl, dich im Köl, dich im Köl. Dich noch nicht. Der Rest muss noch rein. Zukunftsmusik, meine Freunde. Zukunftsmusik. Hier passt alles soweit. Yep. Dauert alles nur. Ähm. Ich habe gebraucht... ...die auf jeden Fall und meine Fließbänder. Fließbänder. So. Fließbänder, Fließbänder, Fließbänder. Ihr seid mir hier da. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein paar mehr diesmal. Und... Was wir jetzt so gucken können ist... Ich habe doch hier eine riesige Anlage gebaut. Da steht, dass ihr seid das hier. Local Demand. Ihr seid auch auf Demand bereits. Okay. Alles mal da reinschmeißen. Ich hätte schwören können, ich hätte hier eine riesige Farm gemacht. Nur... ...für Partikelcontainer. Und da habe ich... Partikelcontainer. Wo werden die gemacht? Hier werden die gemacht. Und warum werden die nicht schneller gemacht? Man muss sich da ein bisschen upgraden. Ich habe sowas von upgraden. Es fehlt an... Ah. Elektromagnetischen. Okay. Moment, Moment, Moment. Das geht natürlich gleich ganz und gar nicht. Dann müssen wir gleich korrigieren. Diesen kleinen, unschönen Fehler. Ähm... Mark 2 kommen hier rein. Wunderbar. Warum machen wir die gerade nicht? Was fehlt mir hier im System? Damit es funktionieren kann. Das bauen wir gerade netter. Ihr seid da. Ihr seid da. Ihr seid da. Ihr produziert bis zum geht nicht mehr. Ähm... Iron Ingetz fehlend hier. Okay. Wenn die Iron Ingetz fehlen. Ihr produziert aber alle noch. Yep. Ihr seid wahrscheinlich einfach nur zu wenige, wenn ich das richtig sehe. Okay. Okay, ich habe zu wenige davon. Oh, in dem Moment. Ich brauche noch mehr. Meine ganze Industrie ist noch nicht darauf aufgelegt, auf, ähm... Hyper-Mega-Massenproduktion, so wie es ausschaut. Ich glaube, gut sei, dass uns zu wenig Rohstoffe gerade zur Verfügung stehen. Würde mich jetzt auch nicht ganz wundern, sagen wir es mal so. Ähm... Ihr kommt rein. Und... Eins, zwei, drei. Ihr kommt mal mit. Das passt schon. Danke dafür. Was auch immer es war. Ich nehme es dankend an. Was soll es? Upgraden überall, wo ich bin. Upgraden. Das muss alles geabgehöhlt werden. Solle. Auch ihr habt das Problem, dass ihr nicht genug Teile bekommt, sowieso schaut. Warum nicht? Weil hier auch zu wenig Grad kommt und es ist wirklich alles nur die Schuld ist von Iron Ingots. Warum? Weil die komplette eine Seite nicht produziert. Wo kriegst du den Iron Ingots? Von da oben. Du kriegst sie von hier. Und du kriegst sie von... Von da hinten irgendwo. Bitte, was? Ich habe einen Katastrophal-Zustand. Ähm... Kannen wir hier was abzweigen davon? Ja. Ich will es mal behaupten. Können wir. Ähm... Du bist bereits blau. Dann sagen wir doch mal... Kollege, du kommst raus. Dorthin und dorthin. Dann sagen wir das gleich hier auch mal. Dann komm ich bitte dorthin. Wir stacken das Ganze hier mal. Wo müssen wir hin? So, wo müssen wir hin? Dort und dorthin. Wir verbinden euch dann zusammen. Und gucken dann, dass wir das Ganze hier hin verbinden können. Ja, da sollte ich auch noch ein bisschen mehr rauskommen bei der ganzen Aktion. Strom ist drauf gesetzt. Ihr kommt darüber hin. Dann sollte man das Problem bedingt beseitigt haben. Ja, jetzt geht's los. So schnell lassen sich Probleme lösen. Ihr habt jetzt nämlich wieder komplett versorgt. Ich hab, weil die nur dafür da zuständig sind. Ihr werdet auch noch weiter gejagt. Und bei euch ist das Problem aber immer noch, dass ihr zu wenig Grad bekommt von dem Ganzen. Okay. Daran lässt sich aber auch noch was machen. Indem wir einfach sagen, Kollege, ähm... Wir stacken auch hier. Stacken ist die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Ach, das wird nach da unten geladen. Ah, ich verstehe. Dieses Ding tut beide versorgen. Ah, okay. Da ist noch übrig was. Weg damit. Das passt schon. Ihr kommt hier raus. Und ihr kommt hier raus. Ihr seid aber schon Mark III am Marsch-Geschienen, wenn ich das richtig sehe. Aber sowas von... Sie können gar nicht mehr Brötze momentan. Hm. Bräuchten noch mehr. Wir bräuchten noch mehr. Ich glaube, ich spinne. Hier brutzelt immer noch ein bisschen was mit Tora, wo ich ein bisschen was... Ähm... Du, mein Freund, kommst jetzt direkt darüber rein. Wunderbar. Äh... Können wir das noch mal kopieren? Lass mal einfach sagen. Hey. Ich hätte gerne das bis hier hinten. Mal kopiert nochmal. Use now. Das wäre jetzt nichts verkehrtes. Passt. Her damit. Und dann sagen wir... War natürlich auch noch eine Zuführung, aber die kriegen wir auch noch hin. Da glaube ich dann, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du, kommst hier auch noch hin. Einfach, weil man es können. Wunderschön. Er schafft nicht viel, aber er schafft ein bisschen was. So, Tle. Wir benötigen jetzt nochmal so einen Doppelturm. Der ist ja eigentlich ein Dreier... Oh, hier, hier. Wir brauchen ein Dreierturm. Eieiei. Schauen wir nochmal. Ob wir das auch hinbekommen können. Eins, zwei, drei. Der unterste Turm. Bist du hier? Ähm... Eins, zwei, drei. Was soll's? Bis nach da oben hin. Das geht einmal komplett durch. So wie so schon. Jepp, bis heute. Bis hier rüber hin. Ja, sie komme ich jetzt nach da unten. Eins, zwei. So, die Zahnräder waren einmal das hier. Die werden lokal genommen. Danach haben wir unsere Routen. Quasi das hier. So. Noch ein zweiter nach oben gesetzt. Bingo, bingo, bingo. Gehen wir nach... Noch mal ins Hör, so wie es ausschaut. Das haut hin. Funktioniert. Nicht das Schönste, aber es funktioniert. Gehen wir nach oben hin und gucken mal, ob wir Jepp da durchkommen. Das passt. Und dann sagen wir bitte... Gehen wir bis dorthin. Und schau, dass wir... Das sind wir kommen. Ja. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch... Du kommst raus. Das Problem mit Eisenplatten. Das lösen wir, indem wir sagen... Du, mein Freund. Jetzt so drei... Fünf... Nach oben gefahren. Dann hier rum gefahren. Nicht das Schönste, aber es funktioniert. Bis nach dorthin. Und dann sagen wir... Du gehst bitte bis nach ganz unten hin. Wunderbar. Und dann gehst du nach... Bum, 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 bum. Fast bis ganz nach unten hin. Es ist port hässlich, aber es funktioniert. Hm. Ach, du hast keinen Strom. Das ist natürlich sowieso günstig. Was ist denn mit dem hier? Du, auch, du, auch, du auch. Ihr produziert jetzt gerade alle. Ihr habt es in Ordnung. Ähm. Dann hätte ich gerne, dass ihr euch stackt. Und du stackt dich. Äh, wo soll man so aus? Hier auch mal. Wobei. Eigentlich nein. Komm, wir können es... Ich glaube, wir können es einfach reinjagen. So wie es ausschaut. Du gehst darüber hin. Und du gehst... Quasi darüber hin. Sollte. Was zu machen könnten wir hier einen einbauen. Ihr habt das haut hin. Dies soll den Hörn. So, 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 so. Wunderbar. Das kann immer wieder ein bisschen was produzieren. Wir kommen noch ein paar Zweier, ein paar Keine. Mal nicht Zweier hin. Und es wird besser. Es wird besser. Hm, 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 hm. Und wieder kleine Zusammenbrüche hier und dort. Aber insgesamt... Scheint es zu gehen. Druckersteinzeug nicht mehr raus momentan. Okay. Aber es müsste sich jetzt auch korrigieren. Funktioniert. Wir haben alles gesteigert. Und es haut hin. Das heißt auch, es müsste mehr bei euch ankommen. Na, ich sehe hier und dort ein bisschen mehr rumfahre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Lage sind... Logi... Oh, mal. Ich habe hier logi jemanden dafür. Ah, weil es nur für das hier da ist. Und wir sind bereits voll, wenn es darum geht. Okay, alles klar, alles klar. Du wirst hier geladen und dort geladen. Ähm... Kann ich denn überlegen? Hier sind doch alle grün, Jepp. Diesmal sind auch grün. Was ist denn, wenn ich sagen würde... Du gesteigst da noch mit? Ja, das ist halt verkehrt. So hat mir jetzt einen Dauerfluss zumindest. Nicht den besten, aber er geht für den Moment. Okay, was soll ich eigentlich machen? Genau, ich wollte gucken, warum die Kanister nicht funktionieren. Und das wäre hier das Problem. Aber das Problem ist jetzt soweit. Gehen etwas korrigiert. Immer noch nicht. Magnetringe. Du wirst mich jetzt vergackern. Vom Problem zum nächsten Problem. Magnetringe. Aber da hinten welche? Die sind leer. Warum seid ihr leer? Weil du zum Beispiel keine Kupferplatten bekommst, so wie es ausschaut. Jepp's Problem, ihr kriegt euer Zeug nicht raus. Also es ist, glaube ich, der einzigste momentan von euch, Jepp. Der allereinzigste hier ganz zum Schluss. Aber ansonsten haben wir nicht genug. Aber die Lage füllen sich doch, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, es liegt wieder am Output momentan. Hm, 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 hm. Mach mal, das ist am blödschen. Wenn ich jetzt noch mehr da reinjagen würde. Hätten wir noch einen lokalen Supply sogar da. Ähm, hm, hm. Bin gerade leicht überfordert an der Stelle. Tut mir leid. Dich, dich und dich hier. Die werden en masse hier produziert. Das heißt, wenn ich das jetzt kopiere und Exe noch mal einen da reinjagen, würde es auch helfen. Ich weiß, zwei, die da reingehen. Ähm, andere Idee. Was ist, wenn wir das hier hier beenden? Damit mehr hier rüberkommt. Hilft es oder hilft es nicht? Theoretisch müsste es helfen. Schau mal. Das wird da reingejagt. Das wird da reingejagt. Die Lage steigt ganz leicht an immer noch. Wir könnten sagen, wenn das Lager hier oben voll ist. Das könnte, das geht auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hätte ich gerne von hier bis hier was. Um quasi diesen Überschuss irgendwie wegzubekommen. Dann haut es wieder hin. Es dauert ein bisschen, aber es sollte funktionieren. Ja, sobald die Lage hier voll werden, haben wir da auch weniger Probleme. Außer natürlich, ich würde es auf einem anderen Planeten noch verlagern. Lass mal da auch noch welche haben. Das wäre eine Idee eigentlich. Extra Brüxel auf einem anderen Planeten. Ähm, habe ich dafür genug dabei? Das Jahr, das Jahr. Fiesbände wahrscheinlich nicht so, wie es ausschaut. Kriegen wir noch hin. Ein klitzekleiner Augenblick. Musst du mal zu Hause. Wir haben Fließbände. Wir haben ein paar normale. Wir haben dich hier. Wir haben ein paar grüne. Ja. Und wir haben dich hier. Wunderbar. Noch grüne. Das waren dann die hier. Zack. Nein, damit. Der Rest ist soweit in Ordnung. Ihr habt mit dem Reschkummer, glaube ich, anarbeiten. Noch mal kurz gucken. Okay, die Mann 14.000. Ihr seid alle immer voll. Das ist wunderbar. Gehen wir jetzt nämlich auf einen anderen Planeten, würde ich sagen. Und da noch ein bisschen was anrichten. Sonst wird es nämlich nichts mehr mit dieser Farm sowieso ausschaut. Ein paar Stück kommen mittlerweile schon wieder. Ja, aber es reicht bei weit nicht aus von unserem Verbrauch, den wir haben. Okay. Wir sagen, wo ist unser Zweitplanet denn hier? Da müssen wir ein Indikator ist gesetzt. Bauen wir uns eine Minifabrik auf. Und dann woppen wir quasi einmal durch die Dyson-Sphäre durch. Wunderbar. Ich würde sagen, leicht verfehlt, aber was so ist. Haben wir. Wir haben noch ein bisschen was hiervon. Das passt. Sudle. Wie schaut es denn bei euch mit Energie unter einem aus? Seid ihr mit dem, was ihr habt, zufrieden? Mehr als zufrieden. Okay. Dann sagen wir mir jetzt nächstes. Ich hätte gerne... Auf der anderen Seite hier was. Hier möchte ich bitte ein Lager machen. Habe ich die überhaupt noch? Doch, ich habe Raumschiffe und ich habe Raumhefen. Jetzt da. Also, was wir brauchen? Ist doch vorhanden. Du kommst mal dorthin. So, um das zu machen, brauchen wir ein bisschen was. Zwei. Als zwei Sekunden kommt eins. Das heißt, ich brauche zwei von denen schon mal. Ähm, um das zu machen, brauche ich jede Menge andere Rohstoffe. Zwei Platten. Die da hier auch. Magnetringe. Kriegen wir das Erz raus. Eins kommen fünf Sekunden. Eine Sekunde. Das heißt, wenn ich davon zwei habe... Warte mal. Je Sekunde kommt eine raus. Das heißt, ich brauche einen, das hier zwei... Drei Stück davon. Zwei Stück davon. Ne, drei davon und... Drei davon und zwei davon. Okay. Heißt erst mal drei Smelter. Smelter. Habe ich Smelter? Nicht viel, aber ich habe was. Okay. Das heißt, eins, zwei, drei. So. Hier kommen wir her. Ihr würdet mir quasi diese Magnetringe machen. So. Das würde heißen, wir brauchen Erz an der Stelle. So, hast du dich hier. Und wir hätten gerne Erz. Dematen und Dematen. Solle. Wir könnten dir noch Strom geben. Das passt. Haben wir denn noch unseren... Hast du Parfüm hier drin? Nein. Okay. Sollen wir das Parfüm reinmachen? Ja, komm. Ja, beim anderen so viel. Das ist dann gut, wenn wir das quasi hier rausnehmen können, das Ganze. Dann sagen wir nämlich hier, ich hätte gerne einmal die hier. Eins, zwei, drei, vier. Lassen wir da mal rüberkommen. Eins, zwei, drei. Und einmal so rüber. Das würde ja schon mal passen. Dann gibt es unsere Ausgänge. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir gehen einmal... Ich kann gerade sagen, einmal hier rum. So rum und so rum. Dann haben wir alles. Und dann sagen wir, unser Erz soll bitte einmal hier rauskommen. Wunderbar. Das können wir dann mal kurz verlegen. Nach... Dorthin. So. Ihr drei. Nehmt es auf. So. Das wird aufgenommen mit euch hier. Eins, zwei und drei. Sörtlich. Das Ganze wird mit einmal Strom versorgt. Die Materialien kommen hier raus. Wenn die rauskommen, werden sie einmal aktiviert an der Stelle. Deswegen haben wir auch dich noch da gelassen. Mit... Hier rum. Funktioniert immer noch. Okay. Ähm... Wir sagen... Ra... Raus. 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 Damit es auch schön ausschaut. Eins, zwei, drei. Sörtlich. Damit können wir jetzt zwei von denen hier machen. Ich brauche immer zwei davon. Ah, okay. Drei Sekunden benötige ich für das hier. Drei Sekunden. Da brauche ich eigentlich wesentlich mehr. Stelle ich gerade fest. Okay. Erstmal kurz machen. Moment. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Ähm... So. Und so rum hin. Dann möchten wir hier bitte noch Kupfer haben. Von woher? Ich nehme alles gerne entgegen. Kupfer kommt darüber neu. Wunderbar. Hier rüber. Dann sagen wir, wieder schmelzen. Diesmal sind wir im Assembly drinnen. Alles klar. Der Assembly kommt dahin. Der macht uns unsere Ringe. Ah, halt. Falsch, 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 falsch. Dann können wir wieder sagen, wir laden das Ganze. Dann war... Oh, da war ja was. Gucken, ob das funktioniert oder netter. Haut hin. Wird geladen. Und wenn wir Dichtern draußen haben, holen wir noch Eisenplatten und... Jetzt wird es langsam richtig interessant. Wir holen normale Eisenplatten. Und wir holen bitte auch noch Zahnräder. Die haben wir eben so. Zahnräder können wir beides nutzen. Um dann zu sagen... 1, 2, 1, 2, 3. Einmal durchfahren. Einmal durchfahren. Und einmal... Durchfahren. Wupp, wupp und wupp. Für euch hier. Danach kommt das grande Finale. Indem wir dann sagen... Wir hätten gerne... Erstmal... Dich hier. Und danach hätten wir noch gerne... Bam, 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 bam. Dich so rübergestellt. Ei, ei, ei. Eine Megastraße nur dafür. Platten sollten unterwegs sein. Jepp. Das war jetzt noch die anderen beiden Sachen. Man muss schon mal haben. Hier bitte... Die Metallplatten machen. Ihr könnt einmal das Ganze nach oben verfrachten. Das ist schon in Ordnung an der Stelle. Definitiv nicht schön, aber in Ordnung. Dass wir alle auch beim selben Ausgang bleiben. Wunderschön. Und wir sagen noch... Das letzte war... Bam, 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 bam. Die Zahnstange. Auf nach unten. Zahnstangen. Okay. Können wir einmal direkt hier durchjagen. Und dann sagen... Bitte einmal hinbauen. Bitte einmal hinbauen. Wunderschön. Hier kommt wieder der gute Strom hin, damit es auch funktionieren kann. Platten fehlen noch, stelle ich gerade fest. Ne, Platten sind da. Ah, da nix am Filter, oder? Ja. Jetzt läuft es, solle. Und wenn das dann draußen ist, kommt es zur nächsten Bahn. Die kommt einmal darüber. Wo wir dann wiederum sagen werden... Wahrscheinlich wieder zwei weitere. Ähm, nein. Wir brauchen nochmal die Magnete. Da. Ah, noch mehr Magnete. Okay. Gucken wir doch mal kurz. Wenn wir das dann machen... Und dann sagen wir bitte... Du bist dran, du bist dran, du bist dran. Ähm, ich hätte das gerne hier eingezogen noch. Warum nicht? Warum geht es gar nicht? Ich stütze so nah dran, oder was ist da los? Schauen wir mal kurz. Hier hingebaut, so. Hätte ich gerne von da nach da. Jetzt mach das. Okay. Da war gerade ein leichter Fehler. Wolle ich hier. Würde mich das nach und nach bauen können. So, wir benötigen noch einmal... Magnetkreuz. Wenn wir hier jetzt sagen würden... Wir hätten hier gerne einen Splitter drinnen. Und wir hätten gerne, dass das nach da noch da geht. Dann müsste das theoretisch eigentlich klappen. Ja, doch. Wir müssen einfach nur genug raus produzieren. Das wäre aber nicht mal das verkehrteste an der Stelle. Können wir denn sich nur hinbauen? Jepp. Dann können wir sagen, dass alles, was wir jetzt machen, quasi darum reingeht. Und wir bieten das für den großen Markt an. Jepp. Ich würde mal behaupten, das können wir so durchsetzen. Auf jeden Fall. Du gehst dann... Wollen wir es denn hier nach da unten hin? Und wir können es raus produzieren. Was fehlt uns gerade? Er hält die wenig. Ihr seid einfach nur gerade wesentlich zu langsam, wenn ich das richtig sehe. Schau mal. 56 pro Sekunde. 56 pro Sekunde. Jaha. Jetzt schaut es schon ein bisschen anders aus. Dann sagt man noch mal ein dritter hier. Einen dritter da. Und noch mal einer hier. Und eventuell können wir das immer quasi so ein bisschen aufstocken. So, dann gibt es mal... Ne... Ich glaube, wenn wir zwei Stück haben. 112 pro Sekunde. Und du machst 50. 50, 150. Dann machen wir ein bisschen mehr. Ihr macht mehr, als man gerade braucht. Und wenn man das jetzt alles nochmal verdoppeln würde... Wird man sogar noch besser dran stehen. Das machen wir noch. Mehr machen wir noch. Logisch darüber hin. Logisch darüber hin. Hier geht's. Hoppate. Das war ich gar nicht da. So, so und so. Und ihr kommt nochmal so rum hin. Okay, jetzt haben wir das Problem. Wir haben zu wenig hier. Du stellst mit 50 her. Du ebenso mit 50 her. Ihr macht gerade 1 zu 1 das Ganze. Aber ihr benötigt immer 2 davon. Das heißt, wir bräuchten ja schon mal 1, 2 und nochmal 1 das Dritte. Damit es hier überhaupt funktionieren kann. Solle. Nachdem wir das jetzt haben... Können wir dich noch hinsetzen sogar. Die neuen Sätzen und die neuen Sätzen. Das heißt, ihr schafft für den hier schon mal. Da brauchen wir 2. Da brauchen wir 3. Das heißt, ihr seid momentan zu wenig. Die Magnetringen auch zu wenig sind. Okay, 1, 2, 3. Leg of Items. Ja. Das kann ich gerade gar nicht machen, weil ich keinen Stein habe. Jetzt ist es lächerlich. Ich ist lächerlich. Okay, aber es funktioniert zumindest mal. Es funktioniert. Es ist die Hauptsache. Ich stelle mir gerade nicht hier. Leider. Muss ich nochmal zurückgehen. Dass wir das quasi dann im nächsten Schritt hier unten weiter ausbauen können. Aber das. Noch so vieles mehr. Gibt es aber am nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüssi. Das war doch echt. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.